Hier sehen Sie das Bingo! Da sind die Nummern, da ist alles mit drauf dabei. Und hier unten wird festgekauft. Das ist abends aus Theater. Ganze Musikanlage. Hier spielt ein super schönes Theater. Na, Matthias, wie gefällt dir da rund, gell? Mir gefällt der Runde hier sehr gut. Also es ist wirklich auf dem Schiff alles da. Also ob Theater oder Casino, es ist wirklich alles da. Spa-Bereich und alles. Und ja, wir werden euch einige Sachen noch zeigen. Und wer mehr sehen möchte, einfach unten auf Gefällt mir für Reisebürofeller drücken. Und dann seht ihr mehr Videos von uns. Ade!